Hallo, verehrte Kollegenschaft, hochqualitative Haarprodukte, mein Name ist Trevor und willkommen auf meinem Kanal. Hier auf meinem Kanal findet ihr Let's Plays aus sämtlichen Kategorien, von Horrorspielen über Story-basierende Meisterwerke bis hin zum simplen alltäglichen, äh, Brainfuck. Gaming-Kanäle gibt es wie Sand am Meer. Um diesen Kanal einzigartig und individuell zu gestalten, spiele ich nicht nur, sondern werde fast vor jeder neuen Folge ein Teil des Spiels. So wie hier, hier und hier. Um aus diesem Kanal weitaus mehr als nur einen passiven Gaming-Kanal zu gestalten, habe ich ein Spiel in YouTube selbst entwickelt, was der Community ermöglicht, mit mir zusammen ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das Ganze funktioniert so, es können sogenannte Events freigeschaltet werden. Sobald der Boss auf meinem Kanal bild, welcher das Event beschützt, besiegt wurde, wird dieses Event freigeschaltet. Schaden nimmt dieser Boss durch das Auffinden von Münzen in meinen Videos, wie hier, hier und hier. Videos, in denen solche Münzen von euch zu finden sind, werden dabei mit diesem Symbol markiert. Die freigeschalteten Events variieren dabei zwischen Challenges, Wohltätigkeits-Streams und anderen Highlights. Weitere Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sollte ich euer Interesse geweckt haben, freue ich mich, den ein oder anderen von euch demnächst hier begrüßen zu dürfen. Und vergesst nicht, Haarpflege ist alles. Bis demnächst, bis bald, tschüss. Bis zum nächsten Mal.